ja genau da sind wir ja wieder in der nächsten folge das war im bazar sind wir ja noch gewesen das stimmt unser vollmann schwert haben wir immer noch was wollen wir hier natürlich machen wir wollten eigentlich wir wollten eigentlich es kaufen oder so so weiß ich das noch wie kommt man denn hier raus handelsverwalterin handelsverwalterin lagerverwalter alchemist ist das denn vielleicht shop alles ausmachen weil voll viel los hier in der mitte handelsverwalterin vielleicht kommen wir von da raus dann können wir nämlich da einmal gucken da ist das grüne ich ins dorf so haben wir mal ab ins dorf das ist an so wir sind wir wieder auf unsere schicken map 1 jetzt müssen wir hier alles wieder aktivieren weil da alles anzeigen weil da hat ja alles also da hängt nämlich alles so jetzt gucken wir mal unsere to do liste hauptquest die seiten des geheimen buches tötestolze soldat gift spinn die bisherigen untersuchungen deuten auf spuren im spinnen dungeon hin gehe und töte stolze soldat gift spinn im koalodong wenn du eine weitere seite des alten buchs findest bringe sie zum gelehrten uriel das nehmen wir auf weisenkind nicht händler anfangen ich brauche schmuckstück dass wir noch von der letzten folge der 50er mission das ist jetzt auch dabei für deinen nächsten auftrag kannst du wählen welches der beiden monster die jagen töten bist brutaler peiniger stärker affen kämpfer brutaler peiniger ich glaube wohin sollte ich denn dass wir wieder auf einem weg denn er stark affen kämpfer machen wir sagen 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 du hast du aus der jungen wüste jetzt packen wir es an das haben wir auch angenommen wir wenden ist für medienfieber verbleibende stunden medien auch wenn ich forschung das biologen da rennen wir auch mal schnell hoch habe ich hier keinen namen anzeigen doch jetzt löwent wieder haben wir immer noch ist unser kollege da online ist was ich machen wollte ist natürlich starke körper vor viel geschlagen schade egal ein auch mir glaube ich noch wo weiß ich das hier schwertschlag onkel sonny 0 oi 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 so jetzt gemeinsam zu uril habe ich da über bock szene bei mir ja zwei stecken kann man auch ist hier noch was los ja wie wie lang war es du nicht von jahre vielleicht weiß er das nicht mit dem bazaar vielleicht deswegen fragt er warum da nichts los ist bestimmt jetzt machen wir die lungen quest pferde quest 15 15 müssen wir level so biologe check die raab die orkszene wo du hast einen bank zahlen von bin ich einen moment diese zahl ist leider schon verfault und nimm die doch einfach an sagt doch nicht das verfolgt junger mann halbes mit dem bazaar weißt du oder so wohin gehen wir jetzt was ich noch biologe haben wir jetzt ledig spiel eigene kraft verstärken zwei stunden auch wenn ich hingehen alarm so die akte geben wir auch nicht hin mission fest täglich quest die quest zerstörung mit den steinern gemisch war pferde fütterung werde für tomas krimi da er ist eine ertränketruhe für den abschluss wird dann können wir also kann auch verstärkt einen gegenstand ach so der herz ein korps und ich verstecke einen gegenstand das heißt den verstärken ab ab dass der markt ist genau sehr lange nicht so jetzt gehen wir mal auf die schicke reise ein bisschen speed brauchen wir auf jeden fall bewegung geschwindigkeit die kopf nehmen wir mal die kopf die kopf die schule 1 ich turbo das und zu die kopf die kopfhörigkeit ich hab keine ahnung vom markt so ich möchte das pferd wieder als aufgetötete schwarzen schwarzen ort schwarzen ort ist doch da können wir lieber hier nach ich sondern wir gehen denn hier land der riesen nicht graf schaft uhr kostet 10.000 immer mehr höhere level desto mehr geht das sind gar keine mehr da schade ist der mania schmiedelein 10.000 sonst ausgeben teleporter so dinge wieder aber auch wieder für 10 soll ich denn jetzt zum ort haben ja müssen wir ja nicht schnell zum ort 20.000 jahren weg einfach verzockt so wir suchen schnell starker auf dem kämpfer ach so wir wollen ja nicht jagd auftritt sondern eigentlich das ändern das film aufgeben wer ist kein nächsten level auftritt aber kann man nehmen warte mal ich wollte da schwarzen ort bitte den schwarzen ort das finden wir wohl schwarzer ort schwarzen ort finden wir stimmt schwarzen ort schwarzen ort könnte ich eigentlich wang tempel und dann links machen nämlich das aber das andere schwarzen ort schwarzen ort schwarzen ort schwarzen ort schwarzen ort wir lassen am leben hey ich habe hier geklickt also so wie ich das mitbekommen jetzt nach den ganzen updates und so wird gut mit den ganzen bottern und den auto levelern hier nicht auto leveler sondern schwarzen ort und daher auf jeden fall geht in die richtige richtung so neun stück da noch einer aura p hoho schön wärs aua kann ich gleich schwein auch sicher wo leben wir denn alle gedacht ich habe im lotto gewonnen ich bin ja schon fast 51 das wusste ich gar nicht naja bisschen speed am hauen das war natürlich aber beim stein vielleicht wo auch verkaufen so schwarzer ort sechs stück noch wie lange zockst du äh was kann ich darauf antworten mit damals zusammen oder jetzt aktiv ich schreib nicht lange ne teutonia hoher peiniger kann ich nicht hier das ding auch resetten auf 15 achso dann muss ja nicht vom pferde rücken so das haben wir auch sechstaus der gibt ordentlich vor krisen schwarzer ort schwarzer ort noch rein also du musst wissen ja habe ich hier keine effekte an was ist das was ist der ein loot filter kenn ich gar nicht ach loot passt was wird damit aktiviert ok wenn du hier kein geld rein steckt kannst du das game vergessen oh nö oh nö sag das nicht hahaha oh das stiftet mich an ich muss bezahlen was ist denn als gelungen die unbekannte talisman ja die brauche ich ja gar nicht ich brauche nur orki jetzt mal noch zwei stück ch1 teutonia hier konntest du eigentlich gar nicht rumlaufen orxan das brauchen wir auch geil orxan nehmen wir mit ork zähnchen so so jetzt ein noch nicht mal so mit dem drachenspiel der damals mit meine ich glaube folge 8,9, 10, 11, 12, ich weiß nicht welche Folge das war aber mit dem drachenspiel hatte ich doch die ganze Zeit drauf gewartet ey kann ich aufnehmen habe ich nicht gewusst dass es immer namenspezifisch ist so jetzt haben wir hier pferdchen rückkehr zum stahlburschen rückkehr zum stahlburschen rückkehr zum stahlburschen so immer 10k immer 10k immer 10k warum muss ich jetzt bitte er soll das bestanden haben bitte liebes pferdchen ja hat geklappt so jetzt kriegst du dafür eine belohnung fütterung karotte gefüttert jetzt haben wir auch noch erhalte bonus über pferdchen füttern moment 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 wo ist das schließe pferdefütterung ab eine tränke truhe 1 von 8 verschiedene tränken was steht da angriff 50 gut oder 10 prozent dogwasser das ist das ey cool das ist nicht schlecht exos und konzert musst du dir kaufen aber selbst mit 300 oh hast du es gar nicht auf ey bau mich auf und nicht frustrieren ich nehme ihn auf er ist glaube ich die pri auf das spiel in den baue ich da auch schon auf so hier leuchtet irgendwas hast du kampf zu und meister was soll ich da öffne den laden das spezial 3 hey du scheinst enorme kräfte zu verfügen ich bitte dir jedoch eine möglichkeit noch stärker zu werden du musst ledig ein klein gefördert tun es ist auf das gefälle monster in das dorf eingedrungen wenn du sie besiegst werde ich dir reich belohnen ja vielen dank wir zwingen in der nähe das dorf ist 100 beliebige monster 100 beliebige 100 beliebige 100 beliebige das dorf ist bin ehrlich ich zocke seit 12 jahren und ich habe nicht mal voll alchi muss man alles full haben alchemist keine ahnung so das haben wir jetzt eine mission mit dem pferd haben wir jetzt müssen wir spezial tragen nein äh da hatte doch einen zuschauer wie wir da zum für die zeit gekommen aber erstmal wollen wir in die wüste dann kann ich nämlich äh äh einmal was sagte er auf dem dungeon auf dem dungeon auf dem dungeon also verfechte alchi koste um die 5.000 euro darum habe ich vor allem halbe jahr aufgehört nur noch abzugehen nach macht kein schmied alchemist mäßig kenne ich nicht violette enttrag habe ich jetzt irgendwas aufgenommen ohne alchi schaffst du halt im high level nichts mehr haben haben wo muss ich jetzt in die mitte von dem dungeon oder egal ich gehe von dem in die mitte der ich spiel auch mit der lange aber high level war noch nie so fährt hier ist noch bisschen freuen wir auch mit unser chef ist nicht da hat job oder ist afg hat es jetzt greift ja so dann müsstest du das eigentlich bist da halte war ich noch nie dann müsstest du das eigentlich wissen ja das ist echt viel geld kostet ja aber wenn man die zeit in man auch ganz langsam voran er hat er will 110 der ist verrückt so schwarz und schild das ist doch stark gegen ort ja auch die auch schaffen wir doch so na wie geht so was haben wir hier ja bis 110 kannst du es vergessen ohne geld war das das schwierige oder das leichte stark starke affenkämpfer ich glaube in der mitte was sie los weißgold kupfer saphir silber was hier los weggekickt das ist event mit dem fieber nur wir werden echt boah geil hier ist alles voll hier ist alles voll ganz gut und selber muss ja hab ich noch nie gesehen hab ich noch nie gesehen und das werden einfach um allen reichen kämpfen die nicht eigentlich so jetzt müssen wir mal die mission nachgehen ja auch wieder heikel stärke auf dem kämpfer auf dem soldat auf dem kämpfer die griechen ich glaube ich muss das andere machen mit den peinigern haben was das zeug geld ja muss ich mal schauen spitzer habe ja niemand die spitzer general guck mal einfach wenn ich sterbe muss ich denn wieder zurück starke affen kämpfer starke affen kämpfer da sind die doch böser böser als böse nicht stark doch da ich habe kein bock auf fest aufgeben aufgeben du hättest den nächsten auftrag jetzt in den nächsten du kannst nicht mehr direkt auf ich aber zurücksetzen vielleicht der wird anpassen geht nicht auf dem werfer auf dem soldat stark auf dem kämpfer sagen und doch so wie wird da sagen so muss ich jetzt hier euch lass mich erst mal sterben böse affen kämpfer stark affen kämpfer stark affen kämpfer doch hier sind die stark affen werfer stark affen kämpfer doch ok sagen so und doch hier ist das ok alles klar machen wir hier alles platt aber muss ich ich habe keinen kopf nein nein keine pottes aber was wir in der zeit machen können jetzt muss ich mal gucken böse affen werfer böse affen werfer ich meine starke affen werfer warte ich habe die doch starke affen werfer ist das nicht kämpfer nicht die werfer warte 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 weg 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 ich gehe gleich in andere und nicht nicht dann würde achten soldat starke affen werfer ich habe jetzt zweitendings können wir so hier kann ich hier muss ich jetzt level black affen kämpfer habe ich da ja aber dann sind wir level 51 war aber wenn ich das schaffe das ist sogar in den in dreier gruppen das ist echt gut ok dann müssen wir hier so langsam dings machen ich hoffe dass es schnell geht dass wir den spinnenlangen auch rüber gehen können ich muss mal ein pferdchen weg schicken weil der stört ich habe hier knapp hier ich suche regt plus 9 gebe kommerschwert plus 9 auch eigentlich roteisen klinge roteisen klinge roteisen klinge ja läuft werfer 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 kämpfer aber wenn generäle da sind machen die einen fertig und zwar wie viele das auch sind recht trifft die alle die generäle die haben richtig power wann bin ich denn mit den affen hier durch 51 erstmal den kleinen das sind keine drei sekunden 1 2 3 4 5 6 wo ich kann dauer 108 aufladezeit 11 das sind drei sekunden habe ich nicht geht gar nicht das schafft da sind zu viele generäle Mist ist nix weg oh ne ne wenn das weg ist ne oh ne ist nicht weg ok das ist nicht weg aber hier kommen die ja nicht ich danke auf dem kämpfer alles so böse ja jetzt ist mal die richtung kämpfer 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 brauchen kämpfer werfen hier sind nur werfer zweite seite ok so hier sind werfer soldat alles werfer ey nicht stun bitte werfer ey eine truppe hatten wir das ist ja schön was kann ich machen ey geh weg angreif plus 50 hier sind die kämpfer eine gruppe ja macht er 50 mehr davon oder mit 50 stacks ne 50 stacks glaube ich nicht mehr unser du hältst Birkenstamm was soll das heißen Birkenstamm kämpfer habe ich hier noch ein starke ey ich habe nicht mehr starke körper an warte 36 ok das geht wir sind hier doch schneller als das dings gedacht ein bisschen auch noch hier schnell rumlaufen kann man nur die generäle machen hier sorgen ich wollte auch mal leben alter nicht ähm sorry zwei gruppen mit generäle keine chance gehe ich jetzt andere seite wieder das ist einfach keine chance die generation 15 was habe ich hier euer widerstand warte lass mich gut ich gebe hier 12 aber das verteidigung verteidigung muss mehr werden hier 36 general da sind wieder die 3er ich bleibe lieber hier vorne weil immer da eine truppe kommt einfach beider ziehen bringt nichts nicht sterben jetzt hier ey die brauche ich hier die doch nicht aber ich warte hier vorne und dann kommt dann mindestens nämlich eine truppe die sind drei stück davon enthalten und dann schaffen wir das schon da tausche vollmundschwert plus 9 mit 4er steine gegen rechts plus 9 mit 4er enemy or press 1 2 3 das habe ich da mal so geschrieben ich habe kein glas des handels oder sowas wird das was kommt noch kommt noch öffchen öffchen kommt ja noch es war jeden tag ein general ist da generell ist da böse kämpfe böse kämpfer stärker achten später möchte ich gar nicht noch nur unsere äffchen das dauert zu lange aber sie kommen schon weiter er Hä? Ohoho Die Werfer, die machen ein Ein, fertig Guck mal, jetzt, es geht 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, fast 10 Sekunden Und nicht hier Widersteht Dauer 108 Aufladezeit 11 Aufladezeit 111 steht Aber nicht mal Sekunden oder so Weiß nicht was das heißt Da gehe ich nicht hin, die Generäle sind schwer Stärke Affenkämpfer Hier sind die welche Wenn ich mehrere treffe, ist gut 32, 31 Oder ich ziehe einfach weiter Stärke Affensoldat Stärke Affenkämpfer Oh, nicht in die Richtung Okay Okay Pot, pot, pot Aber dieses Mal Ist der Affen Dungeon selber Leistung gut Letztens hat er mehr gesehen Ich weiß nicht Bei der Aufnahme gesehen hat er Nicht Generäle Generäle habe ich kein Bock auf Ich habe doch gesagt, ich habe keinen Bock auf Generäle So So können wir den einsperren hier General Kämpfer General Wie viele Generäle haben wir denn Hey Fertig, Alter Geht einfach SK aus 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 Die Maus Die Generäle kann ja auch fertig machen Generäle machen, richtig schade Aber ich habe jetzt so einen Trick raus Einfach fair drauf Wie man sieht, habe ich einen Trick raus Damit man da frischen Dings dodged hier Ja, so nicht So dodgen die meinen Schaden So ja Oh nein, wie ist das? Oh nein, wie ist das? Seine Dings gemacht Jetzt habe ich seinen Schaden Gedolcht Menü haben wir nicht Aber wir haben 25 noch Oh Für viele Das ist jetzt zu viel, glaube ich Das ist glaube ich nicht so gut Oh, er macht nur einen Das K ist noch da Werfer, 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 Kämpfer Hier sind noch mal eine Truppe Ey, nicht Deutschen Nicht Generäle oder so Das schaffe ich nicht Nicht Generäle Nicht Generäle Nein, jetzt habe ich keine SK mehr Soldat können kaum mehr So, Werfer haben wir Werfer, 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 Werfer 16 noch Machen, Schrein, Spieler Das kriegen wir immer mal Ein bisschen was Generäle General Oh Ey Guck mal, wenn Generäle einfach da sind Richtig Schaden Einfach leer Ey, nein, 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 nein Generäle machen einen Schaden Warte, 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 warte Okay Okay, Kämpfer geht Ey, nicht Hilfe Ich muss jetzt hier einmal hin Und dann hier rüber Oder darüber 15 15 noch Hauptsache Es kommen nicht zwei, drei Truppen Generäle Dann bin ich weg Dann bin ich einfach weg vom Fenster Oh, 3, 8 Crit 3, 7, 28 20 Ich glaub mit Roteisenklinge mach ich noch mehr Hoffe ich mal Dass einer eine schöne Roteisenklinge hat Aber muss erstmal einen Shop reinstellen Ja Wir hatten den ja ein Dings gemacht Ja Wie heißt das Äh Seelengebunden war der ja Da müssen wir natürlich Die Zeit abwarten Zeit abwarten mussten wir Affen General Böse Affen Kämpfer Eine starke Affen Kämpfer brauchen wir Da sind die doch Oh, sehr schön Weiß nicht ob das zwei Truppen sind Oh nein, ich hab nicht auf mein Leben dacht Warte, warte, warte Mit Schaden geht Nur die Generäle machen richtig Zehn Stück noch Warte, ich krieg die Kugel voll Bin ich 51? Stern Aber nicht dass ich hier Nächster auch wieder im Affen Dungeon sein muss, ey Dann nehm ich diesmal was anderes Affen hab ich keine Lust mehr Auf Affentheater hab ich keine Lust mehr Hab ich irgendeinen Generale oder so? Ne, ne Level 15 erfährt Hab ich schon Unser Pferdchen ist Level 15 Dann bleiben wir Nicht mehr weit entfernt vom Milligaul Militär Gaul Das wird geil Kann wenn es einfach zu viel wird Einfach abhauen Oh, nicht nur ein Schaden Acht 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 Stück noch Oh, da sind die Generäle Dann muss ich jetzt erstmal platt machen So, jetzt mach ich so Mach ich so Und dann gleich fährt aber die Richtung Ne, dann hauen wir da trotzdem in die Fast kein Schaden denn Die geben es zwar ordentlich Erfahrungspunkte Aber auch ordentlich Schaden Was ist da? Das sind nur Generäle, da hab ich Angst Da hab ich Angst vor So, 4 mal Young 133, 133, 132, 133 Auch ein Soldat, auch ein Soldat Kämpfer Ich weiß gar nicht, was ich Zuletzt gebraucht hab Auch nochmal die Oh, oh Ich hab kein Ich hab kein SK Ich hab kein SK schnell Roter Trank brauch ich Das war nur das Deck aber Kämpfer ist auch da Böse Brauchen starke Ey, der hat richtig gedocht Ich hab meinen Schaden nicht Durchgehen lassen Guck auch nicht Sooo Warte, 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 warte General, da hab ich Respekt Oh, da war da auch ein General Komm, wir brauchen noch zwei Truppen Starke Affenkämpfer Das sind alles nur böse Das sind nur böse Ich brauch starke Drachensteinspiele da Drachenkonis Oh, oh Das war nicht gut Da ist noch ein zweiter General Trupp Wenn der so stehen bleibt, guck mal Dann mach ich nur Schaden Und dann fliegen die weg Und dann kommen die nicht mal ran Das ist gut So Böse Kämpfer Da war ein böse Kämpfer Aber ich brauch starke Sechs Stück noch, komm Das kriegen wir doch wohl hin, Chat, oder? 93,46 Böse Kämpfer, böse, böse Ich brauch starke Affenäckchen Nicht böse Starker Ja, da ist er Oh, ich hab wieder keinen Ich hab wieder keinen Ach so schnell SK Oh, genau hier brauch ich bitte Ey Ey, warte hier, nicht um Ich hab noch einen bösen umgebracht Aber nur einen starken Affenwerfer war da So So Auf dem Soldat Auf dem Werfer, auf dem Soldat Kämpfer Kämpfer Keine Soldaten Nur Kämpfer brauchen wir In der Nations League Bitte Bitte System Lass uns Starker Kämpfer Da noch Immer einer nur noch Er hat gesehen Ich hab das jetzt viele Mal geschafft Gibt dir jetzt nur noch immer noch einzelne Nur noch einzelne nämlich Oh, General ist auch da Die Rede sind auch da So Schnell, 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 schnell Der General kann ich hier einzwängen Siehst du das? Fertig machen kann So Ich glaub so hat man auch damals immer die Bosse auch irgendwo in die Ecke getrieben und dann Dass er dann nicht mehr wegfliegen konnte gemacht In den alten Zeiten Vier Stück noch Ich glaub für Kämpfer Oh, jetzt muss ich das Tier beweisen, wa? Oh, jetzt sterbe ich Oh, noch kein SK Ja, jetzt bin ich tot Gerade am Ende, du Wenn ich nochmal hier herlaufen So, das wollen wir mit haben Starke Soldat Nicht mit dem Flieger Kämpfer Kämpfer, Kämpfer, Kämpfer Soldat Werfer, Werfer, Werfer Soldat, Werfer Lass mich in Ruhe Lass mich in Ruhe Lass mich in Ruhe Oh, jetzt ist unsere Schrift auf weg Naja Oh, nicht General Zwei Generäle schaff ich doch gar nicht Zwei Stacks Da haben die auch extra hingebaut Da haben die auch extra hingebaut Nein, nicht das Höhe Vor allem noch die Kogel gekriegt Drei Stück Drei Stück brauche ich noch Gröser Kämpfer Starker Kämpfer Schaden ist durchgekommen Immer noch drei Hier war keiner mit bei War Nee, generell nicht Oh nein, was hab ich gedrückt Mist, 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 jetzt ist es wieder Abgestürzt Toll Hat mir schön hier Dings gemacht Werbung Alles löpt Muss ich mal raus tappen hier Oh, der hat zwölf Prozent gefressen Oh, Junge Och, was soll das? Das steht ja noch ein bisschen online Ey, Mist Wir hatten 96 Metin ohne Abstürze Geht doch nicht Gibt es doch nicht Kurz vorm Ende, du Drei starker Soldat Brauchen wir noch Was ist das hier? Ich kriege die Quest Was ist das? Versteck dein Gegenstand? Nee Nee, jetzt selber erstmal nicht gucken Weil sonst Sterbe ich Weg, weg, weg Och, nö, ey Fünf Prozent verschenken Nur wegen die geile Map Nein, ist egal Wenn das System so will Ein noch, geil Ja, jetzt haben wir das Wo ich jetzt hier nochmal sterbe Durch die Erfahrungspunkte Ja, Level 51 Fünfzehn Prozent Fünf Prozent haben wir geschenkt Jetzt Was mache ich denn? Heftiges Schlag So, jetzt gehen wir hier raus Oder, warte mal Jagdauftrag Die 51er Baumfrosch-Soldat Baby Gift Spinne Baby Gift Spinne Baby Gift Spinne Wir gehen jetzt nämlich da zum Dungeon Da müssen wir jetzt hin Endlich Lass mich raus Lass mich raus Lass mich raus Lass mich raus Ich bin genug gestorben Wie ist der Shazam? Ich hoffe dir geht es gut Nein, nicht hauen, nicht hauen, nicht hauen In dem Quest Das Geheime ist das Celadon Prozenans Celadon Neue Missionen dabei Event ist egal Biologisch noch im Tief Spezialdrang Jommen wir wissen, hau ab Oh, Glück gehabt Lüge ab Ha, endlich Raus aus der Affen Vom Affen Wahnsinn Aber das haben wir gekriegt So Statt gegen Orks Feuer Widerstand Eingriff Geschwindigkeit TP habe ich jetzt Das schmeißt natürlich nicht weg Kommen wir erstmal zur Seite Stärke plus Orks Hätte ich auch eigentlich anziehen sollen Hier ist wohl ein Event Äh, tausendmal Keine, nicht schlecht Kristall, Quarz, Muschel, E-Molz, Yade Aber ich muss jetzt in Kualudong 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 Die Seite des Geheimen Geheimen Büro Töte Stolte Soldat Giftspinn Die bisherige Untersuchung Deutenden Spinn Dungeon Geheimen Stolz Dann muss ich aber jetzt das anziehen Weil das keine Orks sind Plus 10 Stärke Ist ja immer was anderes TP, nicht? Töte Stolte Töte Stolte Töte Stolte Töte Stolte Töte Stolte Hier rum Hantieren So Jetzt gucken wir mal hier runter Töte Stolte Töte Stolte Töte Stolte Töte Stolte hier oder da müssen wir mal gucken was wir denn für die mission ordentlich leveln können also nicht leveln sondern durchhalten können wenigstens so jetzt sind wir da die seiten des geheimen geheimen buches jetzt haben wir neue mission das geheimnis des seladon prozellans jona sieht besonders besorgt aus geh zu ihm und finde heraus was sie wie du ihm helfen kannst jona da kommen wir nachher zu jagd auftrag babyspinne oh gut aber muss ich nicht um pferde rücken oder endlich mal was vernünftiges hier wo es auch genügend gibt hey wieso habe ich zu laut gesagt kann sie woanders hingehen nicht mal so laut sagen aber ich muss hier wieder links aktivieren wie heißt das ein bisschen speed brauchen wir aber die greifen wir automatisch an da muss ich als erstes glaube ich oh die machen mich fertig oh nicht hinten hä hat der umgebracht? der hat die umgebracht so warte mal jetzt muss ich erstmal gucken welche ich hier noch für die hauptmission die bisher untersucht deuten auf spuren im spinnenland gehe und töte stolze soldat gift spinnen stolze soldat gift spinnen dankeschön er hat mich einmal gebufft geil aber was mache ich jetzt? der hängt ja überall hier rum den namen sowieso schon vergessen stolze die stolze soldat gift spinnen ach das sind echt die ok die muss ich platt machen alles klar und die oh mensch junge kann ich den ja auch nicht von da rausschmeißen guck mal das ist auch genau wie beim affendangen einfach richtig lange dauert das ja ich wechsle jetzt hierher warte ich hab keinen zweck 10 sekunden wer hat mich da angegriffen wer greift mich denn da an ich hab gelernt ja das dauert auch 10 sekunden ja mach ich nochmal 5k ist gut gutes geld 21 also wenn Dungeon muss ist mit Pferdchen immer gut dabei weil die springen nicht zurück aber kannst du alle sammeln hier und dann einfach hier Schaden durchlaufen lassen geile Idee top los der der Nerv ist hier weg wieso immer 10 sekunden achso der macht dir Gift macht dir Schaden deswegen aber das kriegen die auch so beenden zweite ch ch 2 51 ist das ein gutes Zeichen oh sofort Gift ich glaub hier brauchen wir ein Gift ich hab falsch Gift Schutz wo kriegt man Gift Schutz oh greift sie doch nicht alle an hier läuft wie genau so ein Honk hier rum Gibt's hier nicht irgendeinen Kanal wo ich wo die nicht rumrennen 5 Stück hab ich rennen die auch noch ein platten panzer ist das nicht der doch der 42 witzige weil er kommt die gehen alle oh guck mal ob das irgendein einer leer ist kann ich mal potten weil hier alles hängt map gibt es hier nicht ne map kannst nicht aufmachen alles tot oder 4 ah nicht ausgenommen unser CR wechseln ne auch 10 Sekunden das hier die kleinen spinnen ne das ist nicht groß ist schon zurück muss schon beim Anfang bleiben weil da die die schönen spinnchen sind jetzt bestimmt soo gleich 4 4 ist für die potter tabu natürlich kein wein Leute lass doch mal alles in Ruhe hier soo jetzt sind wir mit 3 Sekunden ich krieg mal 6 ich brauch nur 25 die haben schon gewusst ja die botter lassen sowieso nix über kannst du sowieso nicht denn farmen soo egal jetzt mach ich hier einfach hauptsache dass ich denn meine meine ich wollte schon äffchen sagen ich bin hier 16 15 14 alle auf einmal tot wo ist denn der erste hier der erste raum zurück der erste raum hier ich hoffe auch durch die wahn die brauche ich für die erste mission die muss ich einmal anklicken das ist ein rotes gingsenk brauchen wir auch soo der lösungsgänge auf aufnehmen aufheben hat er jetzt gemacht der 50er achso das ist du weißt ja nicht für farmen gedacht ne das ist ja eigentlich ah warte mal ich brauche ja auch die spinnen 5 stück 11 stück 11 stück euch brauche ich auch ist richtig mit ping bei denen hier weil alles hier immer vom server irgendwie abhängig ist glaube ich aber das wer was überlassen 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 7 stück noch und die seitden hinweg hat mir das äh, Lycana guck, hab ich eingegriffen schmeißte mich raus, oh Mann toll, danke hab ich rausgekickt fünft nehmen wir einmal den Lycana berührt klient geschlossen, danke je höher die Fädelung eines Gegenstandes desto mehr funkelt der visuelle Effekt so, wir wollen nur wir wollen nur die geheime Seite und unsere Mission fertig machen Baby Spinne drei Stück noch, komm eine noch so, das hätten wir Baby Spinne hätten wir wie viel Prozent, mach mal eine Kugel voll 80k eine Truhe haben wir gekriegt oh, kurz vor eine Kugel voll du benötigst drei senkrechte Plätze oh, das ist ein gutes Zeichen warte ich gebe einen Tipp äh der hat mich geprankt du kriegst äh plus neun was äh wie heißt die Magni nee nee nicht Krolli du kriegst Krolli und sowas kriegst du von der Truhe macht Platz und dann gibt ihm was andere Tolle volle Burscht stolte Soldaten Gift Spinne die brauchen wir den senkt auch den senkt Spinnhammer so das hätten wir auch gleich rüber gehen die neunte Seite haben wir du hast die neunte Seite im Spinnleinchen gefunden bringen sie zu gelehrten Uriel ja das haben wir doch wunderbar dann können wir hier raus die neunte Seite Glück muss mir nicht so oft drinne hängen hier zack 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 schnell raus zack 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 die neunte Seite ich hab oh nicht rein wie viel rein ich hab nicht mal einen Lebenswillen über so wie komm ich jetzt zurück da oben irgendwo hier in den Himmel klicken dass er bis dahin läuft ich kann gleich nach dem Leveln auch gucken danke hast du Handelglas wie hieß das nicht Handelglas Glas des Handelns oder so aber was ist wenn ich jetzt hier sterbe wo kann ich denn in der Stadt drücken aber egal ich hab ja Speed Event mit dem Fieber mit dem Fieber schaffe ich nicht so Event Dialoge Spezialtrank hab ich gerade angerufen brauchen für Junghelden 100 150 1145 kriegt Dings aber ich weiß natürlich nicht ob er Dings noch kriegt DSS müsste er eigentlich ne ohne DSS bringt das natürlich nicht aber wir haben für die Folge wieder sehr gut was schnelles und vieles geschafft ein Mittelstein wird in der Nähe beschworen es gibt weitere Vorteile wenn die Schriftvollend für Hara eingesetzt werden Läuft Laufens Event wir bleiben die Zeit 20 Tage Trophäe Jutnuri Jutnuri das weiß ich nicht was das für ein Event ist Jutnuri Trophäe 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 Bündel Oh Tüme ich noch nicht zurück Akra Ah warte mal wir müssen noch in die Mitte für ein Teleporter Chat sag doch was ich läufst in die falsche Richtung Aber das ist glaube ich Samstagabend das sind die hier voll Joli hier müsste mal sowas sein melden nicht Emotionen sondern Handlungen wohl zugelassen Scheiße ich meine ja und dann aufdrücken dass man den melden kann Ich was hier denn an Young du meine Güte ich kann ihn aufheben weil das so hängt also was heißt hängt leckert nein nicht leck verspätet annimmt halt aber trinke nehmen wir hier die speed tank trinke aber es wird ein schritt immer besser besser aber halten wir unsere meinung nicht unser gefühl nein auch nicht unser positiv immer positiv denken dann haben wir das auch eines tages gefixt ganz viele oh hier ist alles voll du eben holz eben holz so ach so guck mal die haben auch ihr Herzchen gemacht wow habe ich jetzt erst gesehen nicht schlecht aber wo ist mein teleporter wo ist der mein teleporter hallo hä nicht durcheinander wartet mal habe ich ein teleporter weggenommen ach da ein teleporter was machst du denn da reisen bitte einmal reisen ich habe so viel schon ver ballert anreisen so wo bekomme ich jetzt das dinge so das hauen wir weg ist sowieso weg weil ich die zeit sowieso nicht dafür habe 34 auch sehr gut den nicht auch weg hauen maul wäre der kann bleiben auch weg alles bleibt so tränke habe ich hier alles reicht so jetzt gehen wir zum uriel und dann haben wir das für die folge hätten wir das alles komplett wenn er jetzt nicht sagt geh nochmal los uriel du hast eine weitere spur des der schwarzen hexerei gefunden tatsächlich die neunte seite ich bin gespannt ob der zauberer ob der zauber funktioniert hat lass uns schnell nachsehen hm hier steht leesops angriff hat begonnen ich bin sehr nervös denn wir wissen immer noch nicht genau wie wir die schwarze hexerei benutzen können wir sind hier an der vordersten front um unser reich zu verteidigen doch unsere mittel reichen nicht aus die feindliche armee ist viel zu stark und wenn nicht bald etwas geschieht werden wir die schlacht verlieren wir müssen uns an einen ort zurück ziehen an dem sie ihre pferde nicht richtig einsetzen können die eiswüste mit etwas glück bleibt dann genug zeit um weiter zu forschen oh gott hilfe uns hm der angriff begann noch bevor sie die schwarze noch bevor sie die schwarze hexerei ausreichend erforschen konnten sie mussten sich in der eiswüste verschanzen damit kann nur der berg sohan gemeint sein den man heute als auch eisland nennen wir sollten dort nach weiteren spuren suchen geh zum berg sohan und zieh nach was du herausfinden kannst oh zwei kugeln voll hey nicht so schnell junger heiß sport vergisst deine belohnung nicht für die neunte seite nicht du hältst fünf millionen erfahrungspunkt 525.000 ja du hältst symbol des weißen kaisers 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 wie geht's kaisers was man wieder innerhalb der künfte dass den jemanden herrsche große kraft verleiht ich weiß immer noch nicht wie man hier bei dem siegel die kraft verleiht bekommt spur im eisland was soll machen einmal so mal schnell zum eisland ja auf dem berg sohan sind feindliche heere schließlich aufeinander getroffen suche dort nach weiteren tagebuchseiten oder einen anderen schriftlichen hinweis auf den verlauf der schlacht komm schnellstmöglich gehen wir dann nochmal danach berg sohan 85.000 gibt es hier irgendeine markierung doch alte box mit papieren ich sehe das fast gar nicht weil das so hell ist zwei punkte 40er glaube ich nehme ein 40er punkt pro skill so jetzt können wir so einmal klicken suche rekt plus neun mit vierer steine gebe vollmannschwert plus neun mit fünf und vierer denn mal gucken ob sich da jemand meldet Klagemann der ist immer gruselig vielleicht haben wir ja schon in der nächsten Folge unser unser roter klinge der greift mich da überhaupt an ich sage mir wer böse lagen zorniger angriff geradeaus machen wir hier so besser gucken wir brauchen nicht mehr map aufmachen und nicht jetzt gucken wir mal mission haupt quest neben quest was war mit porzellan jona können wir ja in der nächsten folge machen jona jagd auf quest haben wir auch schon sogar beide erledigt 50 und 51 haupt ist egal hier war mehr öffnet sich in bla 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 36 anima sphäre da haben wir auch den deckel gekriegt so rüber ich weiß noch dass hier noch äh mädchen steine zum farm immer nicht schlecht war segis und sowas gedroppt und was noch doch segis und was kann man noch bei den mädchen hier kommen oh ne ne muss ich da jetzt irgendwo komme ich da nicht durch die bahn oh hier kommt man nicht durch die bahn warum das schafft man normal mit dem pädchen aber was hat man da als def gar nichts wie ich einfach nichts chat habt ihr ne ahnung wo ich am besten mit low eq also nicht so viel eq equipment äh automatisch ne auto leveln könnte einfach so laufen lassen alte box mit papieren so jetzt kommen wir da mal das sind militärische pläne und aufzeichnungen und hier sind auch weitere tagebuchseite ich sollte sie zu uriel bringen wow nochmal ne tagebuchseite ok die zehnte seite du hast jetzt die zehnte seite geheimnis buches im eisland gefunden sie war in einer alten box mit papieren bringen sie zu uriel ok kurier ich komm event nicht noch irgendwas aber am zodiak das krieg ich auch nicht hin wo bin ich überhaupt zu weit dass ich hier nicht wegrenne warte sowieso ist gut was stand da noch zerstörung mit den steinen was war das fk alle tippen quest abstimmen verkaufen gegenstand zerstörung mit steine bosse die neunte und die zehnte seite haben wir ich kann nicht von hier irgendwo teleport töte ein toter soldat hier in der mitte gibt es doch noch oder aber bevor ich da jetzt 10.000 ausgibt ziehe ich jetzt hier mal schnell bewegung damit sparen r75 einfach 75 ohne rüstung mit dolch das müsste ich auch schaffen einfach mit gar keinen dolch da so links guck mal ob ich hier einfach so leveln kann wenn ich jetzt so auto level mäßig nee die haben richtig power nein 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 weg 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 hallo hör auf greif nicht an hoch 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 wir haben ja richtig schaden das mit x das war wohl nix ey hör auf jetzt nämlich was das Burgtor so wir sind jetzt gleich in der map 1 wieder in der map 1 wieder in der map 1 das versandelt und das event wir nehmen an mit den fieber teil zerstört auf 5 mitte stein mit einem ähnlichen level wie du wir bleiben in der zahl 5 ähnlichen level wie du okay ähnliches level wie mich ähnliches level wie du okay ist gut so wenn wir das auch noch die zehnte Seite abgegeben haben Uriel dann haben wir das dann haben wir das für heute dann kann ich dann wieder eventuell wieder leveln dass wir wieder was haben ich glaube ich muss auch noch off stream also das ist ja jona das können wir da schmuckstück lebe des tigers die lebe des tigers so denn händler anfrage ich glaube ich muss im orktal einfach leveln da habe ich auch dev dafür und dann kann ich da auch sammeln Sachen eigene kraft verstärken eine stunde noch das zu lang die spezial trank die junge helden ist auch schon jona dann fragen wir jetzt jona wenn wir schon mal hier sind aber hier klingt ja überall was auf stadtwichtige menschwaren die menschwerde einsatz sollte ich umsonst gewesen sein lasst sie von mir belohnt gefechtet hat ein mächtiger trank der deine anglose und verteidigungspunkte erhöht und ihr 5 plus 5000 trefferpunkte nur in der kampfzone weiß ich dachte draußen ich dachte einfach draußen so jetzt sind wir wieder beim alten Uriel den das spiel gehört so jetzt hören wir mal hier einmal rein ah du hast die 10. seite du hast die 10. tagebuchseite gefunden wir kümmern wir kommen dem ende der geschichte immer näher nur gut dass damals alles aufgeschrieben wurde sonst wäre dieses wissen jetzt verloren schauen wir mal was uns diese seite sagt es ist uns gelungen den ersten angriff abzuwehren aber der nächste wird bald folgen das terran behindert Lee Seops schwere eisen soldaten und verschafft uns vorteile aber es ist nicht einfach zu viele aber es sind einfach zu viele entschuldigung wir konnten nicht gewinnen uns bleibt nur noch eine letzte chance unsere forschung über die schwarze Hexerei zu vollenden im schutze der nacht werden wir die feindlichen Linien durchbrechen und zu den spinnenhöhlen zurückkehren ich bete nicht für den sieg aber für ein kleines bisschen Hoffnung oh ich glaube wir sind kurz vor dem ziel bald werden wir herausfinden was es mit der schwarzen Hexerei auf sich hat ich kann es kaum erwarten du musst einmal mehr zum spinnen dungeon zurückkehren dort ist hoffentlich die elfte seite des Tage hoch zu finden oh wir sind jetzt schon fast wieder und hier einmal und hier ist einmal mehr deine wohlverdiente Belohnung du hälst 5,5 Millionen Erfahrungspunkte 13.000 Yank du hälst einen Handschuh des weißen Kaisers Kaisers wie geht's wo ist unser Kaiser was macht der jetzt eineinhalb der alten Königformule vererbt der Gegenstand der jeweiligen Herrscher große Kraft verleiht Herrscher Herrscher wenn ihr mich damit in den Kommentaren oder im Chat auflösen könnt was es bringt würde ich mich sehr freuen so jetzt haben wir hier die Seiten des geheimen Buches die Forschung zu schwarzen Hexerei wurde in den Spinnenhöhlen fortgesetzt gehe dorthin und töte Clown Giftspinnen um die benötigten Informationen zu bekommen Töte Clown Giftspinnen so dann bleibe ich jetzt hiermit auf dem Fleck stehen und sind wir nämlich zum Ende unserer Aufnahme hiermit und dann sehen wir uns nämlich beim nächsten Teil wenn es wieder heißt The Kings Online oder der nächste Teil ist live vielen vielen Dank die mich die mich live auch unterstützt haben gerne im Chat aktiv dabei sein gerne bei Twitch mehr Support da lassen gerne bei YouTube Support da lassen gerne einen Daumen hoch gerne ein Abo wenn er noch nicht abonniert hat vielen vielen Dank und dann sehen wir uns wenn wir die elf zehnte Seite haben wir neunte zehnte Seite haben wir die elfte müsste das sein die elfte Seite wenn ich mich jetzt nicht vertüdel hier vielen vielen Dank und bis zum nächsten Mal Euer The King jetzt melde ich mich ab Ciao Ciao